Klaus Zimmermann von der Innatura Dornbirn. Der Riesenbärenklau ist auch in Vorarlberg ein Problem. Um was handelt es sich denn da genau? Es ist eine mehrjährige Pflanze, die aus dem Kaukas eingeführt wurde von schon mehr als 100 Jahren meines Wissens. Und das Problem mit der Pflanze ist, dass sie einen giftigen Pflanzensaft aufweist, der in Kombination mit Sonnenlicht, also mit UV-Strahlung, zu gröberen Hautverätzungen führen kann. An was erkennt man denn den Riesenbärenklau? Er hat große, tief eingeschnittene Blätter, ähnlich wie unser weit kleinerer Wiesenbärenklau. Der hat übrigens auch diese toxischen Substanzen, allerdings in weit, weit geringerer Dosis. Und was das besonders Auffällige ist, ist der Blütenstand selber beim Riesenbärenklau. Der kann in drei bis vier Meter Höhe sein, von einem dicken Stamm praktisch aus, Blühspros aus, eine riesige Dolde mit vielen kleinen weißen Blüten. Das animiert natürlich die Kinder, damit zu spielen und genau darin liegt auch eine der großen Gefahren dieser Pflanze. Sie sagen ja, die Pflanze ist sehr giftig. Was erkennt man denn, dass man mit ihr in Kontakt gekommen ist, beziehungsweise was sind die Auswirkungen davon, wenn man einen Riesenbärenklau berührt? Man erkennt das nicht sofort und deswegen ist es vielleicht umso schwieriger, also gerade auch beim Umgang mit Kindern. Aber es sollte einfach jeder Hautkontakt mit dieser Pflanze gemieden werden. Man kann sie natürlich, wenn man die Pflanze beseitigen will, mit Gummihandschuhen, Schutzanzug etc. schützen. Aber gerade Kinder sind da in jedem Fall fernzuhalten. Der Pflanzensaft ist kaum sichtbar. Wenn ich die Pflanze angreife, dann komme ich mit dem Saft in Kontakt. Merken tue ich das erst, wenn es zu spät ist. Dann, wenn sich auf der Haut beispielsweise Blasenbildungen bilden, ähnlich einer Verbrennung oder einem starken Sonnenbrand, dann kann das eben auch von dieser Pflanze, von der Berührung, in Kontakt mit dem Pflanzensaft kommen. Wie verbreitet ist denn der Riesenbärenklau bei uns im Ländle und wie sollte man ihn bekämpfen? Er ist in sehr vielen Bereichen zu finden. In Tallagen, aber auch auf bis zu 1000 Meter Höhe oder mehr. Und in vielen Gemeinden wurde er schon erfolgreich auch bekämpft. Insoweit glaube ich, dass es mittlerweile die Situation schon besser ist als noch vor einigen Jahren. Es wurde ein Bewusstsein für diese Problempflanze geschaffen. Auch die Landesregierung hat da selbstverständlich reagiert und einen Maßnahmenkatalog festgeschrieben, der sich eben auch in einem Merkblatt findet, das auch auf dem Innatura-Server zu finden ist. Und insoweit geht es jetzt eigentlich darum, in den Bereichen, wo neue Bestände auftreten oder noch Restbestände zu finden sind, weiter an der Bekämpfung dieser gefährlichen Pflanze zu arbeiten. Wenn ich jetzt mit der Pflanze in Kontakt gekommen bin, was kann ich dann tun? Das Beste ist sofort abdecken mit Kleidung, damit kein Sonnenlicht an die betroffene Hauptpartie kommt. Und dann sollte ich zwei, drei Tage zumindest nicht an die Sonne gehen. Und wenn ich auch im Freien bin, auch im Schatten, ist das UV-Licht stark genug, um eine phototoxische Reaktion auszulösen, das heißt, wenn ich schon rausgehe, dann muss ich mich wirklich mit dicker Kleidung schützen und das über zwei, drei Tage, dann habe ich gute Chancen, dass das Ganze glimpflich verläuft. Wenn ich natürlich schon starke Hautreaktionen zeige oder speziell Kinder, kleine Kinder, das Pech haben, solche Hautreaktionen zu bekommen nach dem Kontakt, dann ist es auf alle Fälle zu empfehlen, einen Arzt aufzusuchen.